Ah, das stimmt der Code für diesen Träsur dahinten. Hm. Ich glaube, wir können nicht alle auswählen. Doch, können wir. Okay, das ist eine 3, das kann nicht alles sein. Also bleibt die schon mal da stehen. Und dann ist das nicht da hin. So, und vielleicht? Nicht wirklich. Und dann ist es ein bisschen dauern. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das sieht doch gut aus. Ja, aber wir müssen uns hier auch die Flächen da beachten, die man da sehen kann. Wie, das passt nicht. Hm. Guck mal, ich will noch das daneben, bitte. Äh, ich will noch auf das. Was ist dazwischen? Guck mal, ich jetzt nicht drauf. Das ist so schön. Das ist doch in dem Fall schon mal richtig. Ich will dann dazwischen haben. Guck mal, das muss ich jetzt mal irgendwie anders hinschieben. Ey, wieso kann ich das auch nicht nehmen? Ja, gut, bitte. Dann stehen wir dir halt so da dran. Passt aber, glaube ich, eh nicht. Ich hätte gedacht, das würde vielleicht jetzt zu 8, dann kriegst du es aber gar nicht. Ich kann ganz ehrlich da dran treffen. Das finde ich. Das hier? Hm. Auch nicht. Und du weckst auch das ja gar nicht. Warum wird es genau passen? Also hier, von der Fläche her, aber was bringt das? Eigentlich nix. Ich bin mir fast nicht, dass es nachfällt. Aber irgendwie ist es nicht. Aber hier müssen wir auch noch so in den Lien. Wie geht es da auf dem Holz? Hier müssen wir ja auch noch beachten. Ja, jetzt hat es gepasst. Das ist doch schon mal gut. Das passt auch. Aber das stimmt, nein, das nicht. Das? Nee. Keine Ahnung, wo das hinlässt. Hm, das kommt an ja nach unten. Ich kann mich einfach nicht damit nachdenken. Dann fahr' ich jetzt kurz, ich weiß noch, wo das hinlässt. Das hab ich doch schon. Genau so. Kommt das hier hin? Das? Ja. Ach, 85, 11, 36. Nee, das ist kein Gegner, das bin ich. Dann gehen wir jetzt zurück. Muss man eben überlegen, wo wir hergekommen sind. Hier. Und ich hab' die Tür wieder vergessen. Scheiß Dreck. Scheiß Dreck. Ach ja, der Fahrstuhl kommt ja nicht. Und es leckt, schön. Schön. Oh Gott, die Bitch schon wieder. Ja, komm. Ja, komm. Aber wie mach' ich denn 85, 11, 36? Sind doch nur 10. Vielleicht die Quersumme. Von 85 ist 13 und von 13 ist 4. so. Dann 11 ist 2 und von 38 ist auch, ja, 2, aber es hat nichts gebracht. Also mal überlegen, 85. Oder vielleicht nur jeweils die erste Zahl? Ich muss noch mal in meine Akte gucken. Ich muss noch mal in meine Akte gucken hier. Ach, 36 war's. Haha. Nein, 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 er hebt es auf. Danke. Hm. Was könnte es denn noch sein? Vielleicht nur die erste Zahl? Nein. Vielleicht nur die erste Zahl? Nein, ist doch gut jetzt. so. Hm. Na, wie schön, das hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Na, macht nix, da oben sind ja noch andere Räume. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Ich muss doch erst später eine Treppe hochgehen. Was war das denn? Ja, hier muss ich rein. Nein, da nicht. Geh wieder, nee doch nicht. Geh da rein. Nein. Ach, das war die einzige Tür. Hahaha. Jetzt werde ich ganz Banane. Genau, hier muss ich doch runter. Die ist immer noch da drin. Hahaha. Okay. Immer noch 70. Ah, wo ist die Axt hin? Ich schmeiß die immer weg, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. So, was sagt denn unsere Karte? Ja. Ich kann wieder nicht rennen. Ich kann wieder die Kamera nicht ändern. Ich hasse dich. Kamera. Immer noch nicht. Ich hasse dich immer noch. Ich muss erst mal hier gucken. Pistolenkugeln. Ach, das ist ja nett. Üh, ist das dunkel hier. Gott. Wo will ich denn jetzt? Nein, nicht Licht ausmachen. Karte. So, Murphy, Schatz. Dreh dich jetzt mal um. Da hinten ist nur noch ein Raum. Dann ist hier schon Ende. Ja, in Badezimmern ist immer sowas. Wäre jetzt cool gewesen, wenn wir im Spiegel hier einen Gegner in diesem Raum gesehen hätten. Ich frage mich, warum wir überall die Toilette benutzen können. So, jetzt gehen wir aber eben nochmal in den Raum, aus dem wir gekommen sind. Weil hier zwei Türen waren. Und ich muss mal eben gucken, welche die ist, aus der wir gekommen sind. Ah so, das ist die hinter uns. Dann ist hier noch eine Tür. Ja, oder nicht? Oder müssen wir uns erst mal da vorstellen, damit du siehst, dass man da nicht durchkommt? Nee, da ist noch eine Tür. Aber man kann die nicht sehen. Wie behindig ist das denn? Na gut. Bitte, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das. Ah ja. Wer immer das zu mir gesagt hat, danke für das Kompliment. Moment. Okay, wo bin ich jetzt? Nein, nimm die Axt. Die macht zwar nicht mehr lange, aber... Moment, waren wir hier nicht schon? Ja, hier waren wir schon. Na gut. Ähm, wo komme ich denn jetzt am schnellsten wieder zurück? Ja, bisher haben mich diese Türen, glaube ich, am meisten erschreckt. Gut, der letzte Ort, den wir noch nicht angeguckt haben, ist der hier hinten. Hier war ich schon, glaube ich. Aber hier noch nicht. Und hier ist eine Sackgasse. Boah Murphy, würdest du bitte mal aufhören, immer jeden Stuhl mitzunehmen? Ich dachte immer, da ist was anderes. Der kommt auch immer noch nicht. Hier war doch noch irgendeine Tür mit einem Code. Da. Dafür müssen wir... Ein Etage höher. Ein Etage höher. Okay. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so weit. Nö, direkt hier. Könnte auch die sein. Das war... Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke nach. 85, 11, 36. Auf die Idee hätte ich auch gleich mal kommen können, ne? Ich bin ein Etage höher. Ich bin ein Etage höher. Shepard House Achso Hiiii Boah, Bitch ey ist gut jetzt Hast du es jetzt? Ja Ja Immer noch völlig okay Rathaus, ach Rathaus Komme ich jetzt auf Rathaus? Ich weiß es nicht Meine Güte ist dieses Areal hier riesig Oh Hier sieht aus, als hätte es gebrannt Gut, das gucken wir uns aber erst später an Ich will erstmal gucken, ob hier noch was ist Nein Gut, dann können wir auch hochklettern Wer weiß, Schatz Aber wir müssen diesen Spuren da folgen Oh, Autosave Das ist gut, ich mach hier mal eben Schnitt Das ist gut, ich mach hier mal eben Schnitt